Hallihallo Leute, willkommen zu einer sehr späten Runde Rocket League Nacht zum knapp vor 4 mit dem lieben Leo Na, hat man im Hintergrund grad mein Fernseher ausgehen hören denk ich mal. Hupsala, das war keine Absicht. Oh nein, Leo. Bam, danke für die 50 Punkte. War sehr nett von dir, Leo. Nimm du. Oh, oh, da hat er noch gerackt. Schön macht er das. Das war akzeptabel. Das war sehr schön. Ah, fuck. Ich hätte gedacht, er geht vorher dran. Dann hätte ich den viel besser nehmen können. Ah, fuck, dass er dann herankommt. So, jetzt machen wir ein Tor. Ich seh das schon. Der macht jetzt einen guten Pass. Ich seh das, ich seh das. Sag ich doch. Und ich komm nicht schnell genug hin. Das ist, das ist ärgerlich. Aber, don't worry. Wir haben das. We got this. Noch, noch können wir gewinnen. Noch haben wir nicht verloren. Sehr schön. Sehr schön. Wow. Der Leo, Alter. Da hat er mit seinem ersten Schuss im Spiel tausendmal besser gespielt, als ich in allen Parts zusammen. Was? Ich glaube, er hat überlegt, ob er so ein bisschen boostet, als er sich da gerade auf diesem Schuss da... Oder er hat sich ganz langsam nur richtig gedreht mit der Arrow. Kann auch sein. Schönes Sit-Part. Oh, shit. Ich wollte weg gestoßen. Aber ist nicht schlimm. Okay, lass mir den Tiger. Okay, dann mach du ihn halt rein, hab ich auch kein Problem mit. Ah, fuck. Oh, shit. Hätte ich den... Hätte er den nicht getroffen, hätte ich eventuell... Oh, scheiße. Mal schnell da auf die Seite. Ich hatte schon kurz Angst gehabt, ein Eigentor zu machen. Man kennt das ja. Oh, shit. Boah, der hätte ihn ultra gut eigentlich noch getroffen. Also der blaue da. Wenn ich... Also... Hat er den da so in den Winter gekriegt, ich hätte den nicht halten können. So. Der war nicht ganz... Laufen wie geplant, aber zum Tage. Bam, easy. Dadurch, dass der eine jetzt auf mich gesprungen ist... Der hätte da... Den Ball hätte er überhaupt müssen. Er ist überhaupt nicht hochgegangen, sieht man gerade auch. Das wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, ich hätte ihn für vorher auch geholt, aber den hätte er... Zumindest irgendwie tangieren können, dass... Der die... Schussbahn geändert hätte. Das war kein guter Schuss von mir. Und dann hätten wir... Wär das da nicht passiert. Ah, fuck. Komm, schnapp ihn dir! Oh, man. Was ist mit meinem Tiger los? Oh, shit. Alter. Nimm du den, der Tiger. Schnapp ihn dir. Ja. Und jetzt einen schönen Pass. Ja. Ja, der war nicht so fest. Der hätte ein bisschen fester kommen müssen, aber konnte er nicht viel machen. Oh, oh, oh. Den hab ich verkackt. Ups. Ups. Aber wenn er den gut kriegt, dann ist es nicht so rupsig. Ach, schon wieder verkackt. Puh. Den hätte ich fast probiert. Das wär überhaupt nicht gut gewesen. Naja, das war auch nicht gut, was ich da gemacht hab. Falls wir da im Gegenteil kriegen, wär das auf meine Kappe gegangen. Da hab ich ein paar Sequenzen hintereinander gehabt, die jedes Mal super optimal waren. Ach, fick mich. Guter safe. Kann ich ihm jetzt noch nicht sagen. So. Jetzt. Ein bisschen Zeit vergehen lassen. Jawoll. Der war gut. Und. Ja, jetzt kann der ja ihn holen. Er ist zu spät hoch. Ja. Hab man gehört. Jawoll. Noch getroffen. Rück ab ins Tor. Lieber ein bisschen defensiver spielen bei 2-0, als ein bisschen zu offensiv. Oh, der kommt gut. Der kommt gut. Nein! Hä? Hab ich den falsch gesehen? Fährt er nicht von alleine eventuell? Also. Natürlich wär wär er von den dazwischen gewesen. Aber. So von alleine, von der Richtung her dringend gewesen. Natürlich war der zu langsam. Das weiß ich. Aber ich mein. Oh shit. Nein. So schlecht von mir. Den hätte ich haben müssen. Sorry. Oh fuck. Wenn ich den da überhaupt treffe. Er hat den ultra gut da. Ultra gut weiter gepasst. Der an der blaue Hand. Das musst du ihm lassen. Der den da abgefangen hat. Boah. So ne Scheiße. So. Okay. Ganz ruhig. Aber trotzdem. Feste. Ach shit. Oh. Easy. Nein. Oh man. Das haben sie gut gemacht. Ah, den krieg ich nicht. Ich fahr lieber die Runde hier. Wow. Ich hab irgendwie ein bisschen einen Unfall gebaut. Ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt. Einfach mal hoch machen. Kostet Zeit. Ich hätte auch. Irgendwie hab ich ein bisschen gedacht, er kommt da schneller hin. Aber es ist okay. Jawoll. Das ist ein Tor für ihn. Jawoll. Gleicher. Dadurch, dass sie da beide oben in der Luft waren, war wieder keiner da unten. Ja. Da ist gewonnen. Könnt ihr gerne surrendern. Machen sie auch. Manchmal hört man einfach auf Jesus, ne? Manchmal spricht er so zu einem. Und dann. Geil. Schaltet mal ne Sonnenblume da drauf rein. So, meine Stecher und Stecherin weiter mit Runde 2 gegen ein Premade Team. Oh shit. Den hab ich schlecht. Das dumme ist, man hat's sogar schon vorher gesehen, dass ich den nicht krieg. Aber ich hab's trotzdem nicht geändert. Oh. Oh. Komm. Ah shit. Mit ein bisschen Boost hätte ich den eventuell noch verlängern können. Wo ist mein Mate? Da hinten. Okay. Ich hatte schon Angst, dass der auch irgendwie mitgefahren ist. Das war ein guter Schuss. Weil ich weiß jetzt nicht, ob mein Mate den hätte halten können. Wow. Das war ein guter Schuss. Da kann mein Mate auch nichts machen. Zumindest nicht von der Position her, wie er da fährt. Und dass er da kalter Licht wird, ist auch klar. Weil, dass er danach so einen guten Schuss von der Wand, da wär ich glaube ich auch in die Ecke gefahren, also. Da kann man nichts gegen sagen. Ah, so ein Wichser. Ich hätte den aber auch nicht gut getroffen. Ich hätte den oben gegen die, über die Latte geknallt. Komm. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Das hat er gut gemacht. Wir waren nämlich gerade alleine gegen zwei. Hat er für sich wirklich stark behauptet. Oh. Und der landet nicht. genau aufheben. Oh mein Gott. Das ist jetzt echt ein bisschen unlucky. Back to you, Mate. Und hoch. Schön. Sehr schön. Das war lucky, dass er da... Die... In der Ecke da, die Bälle... Blablablabla. Die... Sind dann doch etwas... Torfördernd manchmal. Oh nein. Und direkt auf ihn. Den hat er aber. Easy peasy. Und nochmal. Aber nicht sehr gut. Oh shit. Fuck. Ich wollte gerade sagen, ich flieg hier nicht gut. Scheiße. Ohlala. Das wäre... Bei mir wäre das wieder ein Eigentor gewesen. Also wenn ich da an seiner Stelle gestanden habe. Komm, den kannst du aber machen. Fester nach links. Schade. So. Oh, der fällt von alleine rein, wenn er nicht dran geht. So. Oh, ich bin so schlecht hoch. Der ist drin. Der ist drin. Meine Schuld. Komplett meine Schuld. Gott, Alter. Wie bin ich denn hoch geflogen? So richtig schlecht? Alter. Irgendwie bin ich so... Als wäre ich ausgerutscht. Ich weiß es nicht. Das war so nicht geplant. Richtig komisch. Und jetzt zu ihm. Bäm. Oh nein. Okay. Den kann und muss er aber glaube ich haben. Aber das nicht stimmt. Hat jeder. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich würde behaupten, den hätte aber locker haben können, wenn er richtig gefahren wäre. Ich weiß es nicht. Ah. Mein Gott. Part of the game. LOL. Mein Auto. HÄH? LOL. Blauer. Ja. Weißer Schweif. Blauer Schweif. Oh man. Jawoll. Der ist drin. Habe ich ihn erst fast verkackt. Aber es hat ja nochmal gereicht. Hier. Da habe ich ihn fast verkackt. Aber dann lieber nichts machen, weil es wie man gesehen hat. Das einzige was ich hätte machen sollen ist, wenn man merkt, dass man irgendwie falsch fliegt oder sonstiges immer nach hinten im Backflip, dann bricht man eigentlich am schnellsten ab. Hier war es jetzt nicht so schlimm. Hier ging es immer noch klar. Aber normalerweise. Fuck. Ich kam nicht hoch genug. Das sind so Tore, die sollte ich dann eigentlich nutzen. Wenn man hinten liegt. Das ist dann besonders ärgerlich, dass ich so einen nicht mache. Hat er den? Ja. Und den hat er nochmal, oder? Aber nicht besonders gut. So. Oh, schön. Nein. Ich wollte ihn kaputt fahren. Lol. Hätte ich das gewusst. Oh man. Was? Wie hat er den denn getroffen? So. Nicht mit mir, Digga. Ach. Da ist den schon wieder verkackt. Ist das schlecht. Das ist so schlecht von mir. Ja. Ohne Spaß. Wenn ich besser spielen würde, dann wird es 4, 2, 4, 3, irgendwie sowas stehen. Ich hatte jetzt schon zweimal gute Chancen auf Dings und das eine Gegentor, weil ich da verschuldet habe. Das ist echt ärgerlich. Oh. Ach fuck. Ja, ich musste mich halt so reinschmeißen, dass er ihn nicht vorher berührt. Der geht nicht. Der geht nicht. Schon wieder nicht. Siehste. Das ist eine hundertprozentige Chance. Keiner, der da was machen kann. Und ich mache ihn nicht. Das ist halt super ärgerlich. Dass ich so einen nicht mache. Okay. Oh man. Ich f*** mich das Spiel. Mann ey. Okay. Geht doch ey. Endlich. Ich sollte mich nicht verziehen ey, wenn wir das verloren hätten. Also. Vor der Overtime. Naja. Jetzt verlieren. Okay. Aber. Dass wir nicht den Ausgleich schaffen. Das wäre super ärgerlich gewesen. Ich wusste, dass er ihn verfehlt. Ah shit. Oh nein. Das ist so unfair. Naja. Das ist so ein Scheißspiel. Alter. Ich hasse Rocket League wirklich sonst. Ich sag dazu gar nichts. Das ist wieder komplett super Rocket League. Ich mein, geht indirekt auch ein bisschen auf seine Kappe. Weil er wieder den Pasta verkackt hat. Da ist absolut jeder vorbeigesprungen. Damit hätte ich persönlich gerecht. Aber vielleicht auch aus meiner Sicht. Keine Ahnung. Ich hab's ja auch angekündigt, dass sie beide vorbeispringen. Naja. 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 Naja, whatever. Fickspiel. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir haben gerade das Spiel gewonnen. Sind nicht aufgestuft worden. Werden aber runtergestuft durch ne Niederlage. Bis zum nächsten Mal. So.